Ich glaube, wir könnten uns hier niederlassen, es zu einem Ort machen, der den Namen zu Hause verdient hat. Was meinst du? Ja, gut, was wollt's denn ihr an Miete zahlen, ne? Also, es ist, mei, es ist ja mei zu Hause, so gesehen. Servus zusammen, grüß euch, habe die Ehre, eine weitere Folge mit unserem Lafti in der atomverseuchten, post-Abo, nuklearen, apokalyptischen Welt von Fallout 4. Unsere Hanselchen kommen mittlerweile auch an, hat ein bisschen gedauert. Und wir gehen jetzt dann auch schon mal etwas voran. Und bis die sich dann final niedergelassen haben, probieren wir schon mal was aus. So. Wie war denn der Tastaturbefehl für... Ne, das war's nicht, das auch nicht. Das auch nicht. Das auch nicht. Aua! Wo? Wie? Sag einmal! Eigentlich wollte ich gucken, wie wir... ...die... ...Vernichtung aufbekommen. Also das Baum-Menü, dass wir hier ein bisschen was abreißen und vernichten können. Aber ich bin nicht drauf gekommen. Ja, jetzt sind wir wieder überladen. Ist klar. So. Dann einmal den gesamten Schrott einlagern. Dann fangen wir schon mal an, hier ein bisschen zu verschönern. Wir müssen auf jeden Fall explizit drauf achten, was wir hier reinbekommen zum Vernichten. Weil wenn wir nicht aufpassen, ist einfach mal so eiskalt hier eine komplette Straße weg. Und das wäre alles andere als toll. Ja, komm, den Dreck hier. Komm, den kriegen wir auch weg. So. Und den Dreck auch. Ja, schaut gleich viel schöner aus. Ja, hier zum Beispiel wäre sowas, wenn wir nicht aufpassen, tun wir das ganze Haus im Endeffekt abreißen. Aber ich will hier nur den Dreck. Oh, ich sehe es komme. Irgendwann reiße ich, weil ich zu schnell bin oder nicht aufpasse. Wunderschwass alles dann ab. Ja, das schaut doch gut aus. Oh Gott, schaut es gut aus, ne? Boah, richtig aufgeräumt fast. Gut, das belassen wir. Das machen wir weg. Das lassen wir auch. Das lassen wir auch. Das auch. Ah, den Dreck hier. Der kommt weg. Das lassen wir auch. Jetzt gucken wir mal rein. Wenn ihr euch wundern solltet, warum ich so viel abreißen kann. Das ist natürlich eine Mod. Dürfte Scrap Everything sein. Heißt, man kann so gut wie wirklich absolut alles abreißen, vernichten, wegräumen und ist absolut Gold wert. So, wir könnten aber schon mal was ausprobieren, ob die andere Mod auch funktioniert. Ah, ich bin mir nicht ganz sicher. Ne, die funktioniert nicht. Ja, da müssen wir nochmal ran. Damit wir im Großen und Ganzen hier dann zum Beispiel, oder hier, wenn hier so gut wie alles kaputt ist, dass wir da dann nochmal was reinbauen können. Da schau ich aber in, ja, so akut brauchen wir es jetzt noch nicht unbedingt. Von daher werde ich schauen, dass wir das, ja, in der nächsten Folge jetzt noch nicht unbedingt, weil wie gesagt, so akut ist das jetzt gar nicht. Und, dass wir das in Richtung, ja, der nächsten zwei, drei Folgen dann mit drin haben, die Mod, dass wenn es ist, wir hier wirklich nochmal schön nachregulieren können. Jetzt machen wir hier erst einmal ordentlich sauber. So. Denn, ihr dürft es ja nicht vergessen, das da drüben ist mein eigenes Haus. Und da möchte ich die Zipfeln hier jetzt nicht unbedingt drin haben. Das ist ja meins. Deswegen quartieren wir die hier ein. Ich sehe es, komm. Irgendwann macht es klack und das ganze Haus ist weg. Da muss ich echt aufpassen. Weil, wenn weg, ja, dann weg. Von daher muss ich dann schauen, dass ich einen bereits abgespeicherten Spielstand lade. Oder wir sollten allgemein vorher einfach mal klugerweise speichern. Das wäre vielleicht auch gar nicht so dumm. Ja, wobei, das passt hier eigentlich recht gut rein. Ja, komm. Nee. Wir brauchen den Platz für die Betten, damit wir die alle hier unterkriegen. So, da haben wir noch ein bisschen Schrott. Junge, du sitzt jetzt gerade auf etwas, was ich eigentlich verschrotten möchte, gell? Ja, dann egal, dann lassen wir das. Wir haben das Gebäude hier etwas gecleared. Schaut ganz gut aus. Außenrum machen wir auch noch ein bisschen schön sauber. Nein, das machen wir hier nicht. Das machen wir weg. Gut. Das Haus können wir natürlich getrost wegreißen. Das würde ich sogar so lassen. Den Baum würde ich aber wegmachen. Können wir, jawohl, den können wir aufstellen. Dann machen wir das nämlich auch. Okay, das wird, glaube ich, nichts, oder? Ja, den reißen wir mal ab. Das lassen wir. Ja, jetzt weiß ich halt nicht, wie das ausschaut, wenn wir das hier wegmachen. Oh, okay. Hat sich sowieso erledigt. Wir müssen einmal aus unserer Power-Rüstung raus. Ja, wir haben keine Energie mehr. Das habe ich schon kapiert. Na? Jetzt. Dann gehen wir einmal hier raus. So, was haben wir hier? Eine Schaufel. Schrauben, Schlüssel. Das machen wir natürlich auch noch alles leer. Lassen das aber trotzdem hier. Weil es schaut passend aus. Was ihr da die ganze Zeit immer macht, verstehe ich bis heute noch nicht. Weil ihr hämmert da drauf rum, aber es werden nicht mehr Platten. Hm. Gut. Dann lagern wir den gesamten Schrott mal ein. Und dementsprechend auch die Waffen. Munition wiegt nichts, da nehmen wir im Endeffekt alles mit, was ist. Wir haben jetzt noch nicht unbedingt irgend so eine Waffe, wo ich sage, oh ja, die ist es. Doch, haben wir. Die hier. Die ist richtig gut. Und die werden wir auch behalten. Springmesser brauchen wir nicht. Schlagstock weg damit. Lasermuskete. Ich weiß nicht. Nee. Das reicht, was wir da haben. Oh, die Brille wollte ich ja aufziehen. Genau. So. Das werden wir jetzt alles einlagern. Warum werdet ihr in einem späteren Teil dann auch noch sehen. Weil damit habe ich was vor. Was total Dummes. Aber ja. Ihr werdet es noch sehen. So. Psycho. Brauchen wir nicht. Redaways brauchen wir. Stimpacks brauchen wir. Gut. Die Wackelpuppen und das ganze andere Zeug packen wir dann bei Gelegenheit auch mal dann da drüben oder so rein. Jetzt gehen wir erst einmal. Wer, 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 wer eiert? Ah, da ist er. Preston. Komm mal her, du willst was von mir. Was willst du? Ich bin froh, dass du beschlossen hast, mit uns zu kommen. Ich hätte gleich auf Mama Murphy hören sollen. Sie hat ein recht nettes Plätzchen gefunden. Ich glaube, wir könnten uns hier niederlassen. Es zu einem Ort machen, der den Namen zu Hause verdient hat. Was meinst du? Äh, ja gut, äh, was wolltest du denn hier an Miete zahlen, ne? Also, es ist, mei, es ist ja, äh, Mai zu Hause so gesehen. Aber ich erklär's ihm mal, dass es seltsam ist, zurück zu sein. Vielleicht checkt das dann, weil mein Vault-Anzug hat ihm, glaube ich, noch nicht gereicht. Ich weiß nicht. Ist irgendwie seltsam, wieder hier zu sein. Was meinst du damit? Hast du hier mal gelebt, oder was? Äh, ja, vor dem Krieg. Ja, vor dem Krieg, bevor alles zerstört wurde. Was meinst du damit? Vor welchem Krieg, willst du sagen? Ja, vor 200 Jahren. Ich habe hier gelebt, vor über 200 Jahren. Ich war die meiste Zeit eingefroren, oder so. Ich bin erst vor kurzem wieder aufgewacht. Mann, wie einer dieser alten Vorkriegsskuhle. Du sagst, du warst eingefroren. Hat es sonst noch jemand mit dir rausgeschafft? Ja, mein Baby. Ja, mein Sohn. Mein Sohn. Irgendjemand hat ihn entführt, während ich noch festsaß. Seitdem versuche ich, ihn zu finden. Scheiße. Tut mir leid. Du sagst es. Du findest ihn. Lass es mich wissen, wenn ich dir irgendwie helfen kann. Naja, ich bin froh, dass du hier bist. Und ich möchte dich um noch einen Gefallen bitten. Das kostet extra. Das ist okay. Ich habe Nachricht von einer Siedlung erhalten, die Hilfe braucht. Sie hoffen, dass die Minutemen noch irgendwo da draußen sind. Die einzige Möglichkeit, die Minutemen wieder aufzubauen, ist, den Leuten zu zeigen, dass sie sich auf uns verlassen können, wenn sie uns brauchen. Das Problem ist nur, dass ich zu viel zu tun habe. Meinst du, du könntest der Siedlung helfen? Also, jetzt als allererstes, was zum Teufel hast du zu tun? Egal, wann ich hier zurückkommen werde, du stehst immer nur rum. Zweitens, das kostet extra. Also, meine Haupttodesursache wird irgendwann mal sein, Sarkasmus im falschen Moment. Oh, super. Ich habe mir schon immer gewünscht, ein paar hilflose Dorfbewohner zu retten. Die Leute sind nicht hilflos. Sie brauchen eben nur manchmal jemanden, der ihnen etwas unter die Arme greift. Und genau darum geht es bei den Minutemen. Ach so. Und falls du hier irgendwie aushelfen willst, sprich mit Sturges. Ich bin sicher, er ist für jede Unterstützung dankbar. Jawohl. Auf jeden Fall haben wir jetzt erstmal wieder ein Level Up. So. Wo gehen wir diesmal rein? Wo gehen wir rein? Pass auf. Mein Hauptziel ist es ja, hier reinzugehen. Stärke ist 6. Wie viel haben wir? Ja, das schaut doch gut aus. Dann hauen wir da als erstes mal einen Punkt rein. So. Der nächste Rang gibt uns dann 50% mehr Tragkraft. Dann. Überladen laufen. Mit der Hilfe von Aktionspunkten. Das ist auch richtig was wert. Dann überladen, schnell reißen. Das ist auch ordentlich was wert. Und dann eben nur noch die Hälfte der Aktionspunkte verbrauchen. Also das ist so ziemlich der Skill, wo wir mit am meisten reingehen werden. So, dann gehen wir mal zu Sturges. Der will jetzt Möbel haben. Wo ist er? Wo ist er? Hey, du bist Sturges. Wieso hast du nicht so ein Ding obendrauf? Na, komm mal her. Hey, Sturges. Bist du bereit für etwas Arbeit? Ich liebe Arbeit. Könnte ich mir den ganzen Tag ansehen. Für den Anfang könnten wir mal wieder echte Betten gebrauchen. Wir schlafen schon viel zu lange auf dem Boden. Sonderwünsche auch noch. Sehe ich für dich wie ein Schreiner aus? Ich weiß nicht, wonach du aussiehst. Du meintest, du willst helfen. Betten bauen ist das, wobei wir Hilfe brauchen. Klar, ich helfe gern. Okay, abgemacht. Sorg nur dafür, dass wir zum Schlafen ein Dach über dem Kopf haben. Ein paar der alten Häuser sehen auch solide aus. Eins davon sollte gehen. Da drüben ist eine Werkbank, die du benutzen kannst. Sag einfach Bescheid, wenn du was brauchst. Ja. Hey, hast du einen Augenblick Zeit? Ich wollte dir dafür danken, dass du uns in Concord geholfen hast. Hätten wir dich doch nur eher getroffen. Ähm, ja, genau. Was ist denn passiert? Was ist euch denn zugestoßen? Um es kurz zu machen. Seit dem Angriff auf Quincy sind wir unterwegs. Wir waren mal mehr. Mein Sohn ist, ist fort. Ähm, ja, gut, äh, das kennen wir ja auch irgendwoher. Ich kann das nachvollziehen. Ich hab auch jemanden verloren. Aber du und ich, wir sind noch da, oder? Wir müssen weitermachen. Für sie. Ja, genau. So. Dann. Wir brauchen Betten. Betten haben wir, äh, nicht da drin. So, das wäre so die, die absolute Luxus-Ausführung. Ne, das ist die Luxus-Ausführung. Aber aus platztechnischen Gründen. Ja, das schaut doch gut aus. Oh, nee, wir machen das anders da. Wir machen das anders da. Wir machen das so da rein. Weil, dann kriegen wir nämlich so mehr da rein. Doof ist natürlich, wenn einer von denen erschneicht, weil dann haben sie es verloren. Und das ist halt auch so geil fürs Bauen. Hier kriegt man halt einfach EP. So, kriegen wir da jetzt nochmal eins rein? Sehr schön. Jawoll. So, Leute. Ihr könnt hier schlafen. Äh, ja gut. Wir hätten hier auch noch ein bisschen was reinpacken können. Hier wird dann noch ein Badezimmer oder sowas kommen. Ha, er ist aufgestanden. Er ist aufgestanden. Äh, nein, 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 nein. Nicht hinsetzen. Da stand es gerade. V-Werkstatt-Menü. Dann benutzen wir mal die V-Taste. Ja, sehr schön, sehr schön. Ja, und reißen den einmal ab. Perfekt. So, ihr könnt jetzt erst einmal alle schlafen gehen. Wo ist... Sag jetzt nicht, dass Sturges auch meint, er geht jetzt schlafen. Eiskalt. Guckt ihr den an. Guckt ihr den an. Mich schickt er zum Bettenbauen und er legt sich schlafen. Oh, Mann. Der, der macht mich schon fertig. Er fällt mir. Einen richtigen Platz zum Schlafen zu haben, wird die Stimmung bei allen verbessern. Ja. Was wir jetzt brauchen, ist eine verlässliche Quelle für sauberes Wasser. Ähm... Okay. Ich bin dran. Sauberes Wasser? Kommt sofort. Super, vielen Dank. Sauberes Wasser. Ja. Sauberes Wasser. Äh, ja. Wobei, die wäre schon cool. Aber für die Herrschaften wird erstmal so eine, denke ich, reichen. Wieso können wir die... Die ist doch auf der Erde. Das Spiel verarscht. Spiel hat gesagt, nein. Ich habe gesagt, doch. Meine Argumente waren überzeugender. Gut, da wir hier einen Garten ansetzen wollen, brauchen wir hier auch noch ein bisschen Wasser. Dann machen wir hier nochmal eine Wasserpumpe hin. Ja. Ja. Reicht. So. Wie sauber ist es denn? Naja. Also über die Sauberkeit lässt sich ja jetzt streiten. Weil wir haben ein bisschen Radioaktivität abbekommen. Servus. Mensch, wo ist er denn? Wo ist er? Sturges. Warte mal. Ne, das ist doch nie im Leben Sturges, oder? Alter, der war doch gerade noch in seinem Bett gelegen. Wo geiert denn der jetzt rum? Ey, der will mich doch echt verarschen. Okay. Haben wir gleich... Was wollte ich gerade sagen? Wehe, du bist bei mir im Haus. Da muss ich dich rauswerfen. Ach, du wolltest dich einfach nur einmal hinsetzen. Ja, sag das doch. Sturges. Echt beruhigend, eine verlässliche Quelle für sauberes Wasser zu haben. Ja. Ich hoffe, es ist okay, wenn ich dich nochmal um Hilfe bitte. Unsere Lebensmittelvorräte werden langsam knapp. Wenn wir uns hier niederlassen, müssen wir was anbauen. Jawohl. Ich fange gleich mit dem Anpflanzen an. Klingt gut. Also, nur mal fürs Protokoll. Währenddessen du hier um... äh... rumsitzt, kümmere ich mich um die Arbeit. Ja. Was? Sehe ich aus, als wollte ich plaudern? Alter! Sei mal nicht so unhöflich. Ich wollte nur ein paar Sachen tauschen. Okay. Nee, äh. Klar, ich lass für dich alles stehen und liegen. War nur ein Scherz. Lass mich in Ruhe. Chill dein Leben und sei mal nicht so unhöflich. Ja. So. Mehr Crit-Schaden. Sehr schön. Also, Kotzwörs, ich weiß fein nicht, aber... Das wäre sicherlich besser gegangen, hier sauber zu halten, ne? So. Hat einige Male gedauert, bis ich da drauf gekommen bin. Wir können hier nochmal einen zusätzlichen Skill-Punkt vergeben. Durch... Ja, das Buch, was wir hier unten gefunden haben. Und wir werden das hier alles noch richtig, richtig schön wieder aufbauen. Ihr seht's, das wird aber definitiv ein richtig großes Bauprojekt werden. Oh, okay. Ich muss jemanden darauf ansetzen. Ja, das machen wir schon noch. Ich muss jemanden darauf ansetzen. Das machen wir noch. So, wir bauen jetzt erst einmal mehr an. So. Dann packen wir hier nochmal einen Flaschenkürbis rein. Und Melonen können wir auch noch anbauen. Na? Will er nicht. Mach mal's da hin. Wenn wir sonst irgendwas haben, haben wir nicht. So, meine liebe Dame. Da du gerade so unglaublich nett warst. Schicken wir dich jetzt zum Arbeiten hierher. Ja, ja. Komm. Okay, wir brauchen auf jeden Fall noch ein bisschen Nahrung. Na? So. Komm. Das Gestrüpp reißen wir auch weg, oder? Ja. Ja. Dann nehmen wir das auch noch mit. Die haben wir schon. haben wir sonst nichts mehr, was wir so hernehmen könnten. Schauen wir mal hier hinten raus. Normalerweise gibt's hier dann immer irgendwie sowas wie einen wilden Mais oder so. Vielleicht haben wir... Ja, perfekt. Mutterbären. Ja, sehr schön. Na, kann's perfekt da sein. Da können wir jetzt, denke ich, genug anbauen. Und wir haben von dem Nachbarn XY einen Bunker gefunden. Nehmen wir einfach mal alles mit. Also, ich denke mal, man hätte es auf jeden Fall eine gewisse Zeit hier aushalten können. Nicht lang. Okay, den kriegen wir noch nicht auf. Müssen wir dran denken, dass wir dann hier noch einmal auch wieder zurückkommen. Ja, gut. Ja, schaut gut aus. Bast. Verziehen wir uns wieder. Jetzt können wir auf jeden Fall anhand der gerade gefundenen Mutterbären und Kürbisse einmal hergehen und die anpflanzen. Was? Wo bist du? Da bist du. Ja, ich bin hier. Wohin? Was willst du mir zeigen? Da. Okay. Schrottpatronen. Oh, die nehmen wir mit. War das die Munition? Ja, hat das gut gemacht. Wie geht's dir, Kumpel? Genau. Hey Junge, hast du irgendwelche Tricks drauf? Ja, er kann Männchen machen. Voll cool. Ah, ja, okay. Dann werden wir mal... Wieso können wir jetzt keine Mutterbären anpflanzen? Okay, wir können die Flaschenkürbisse hierher packen. Dann tun wir das. Na, jetzt aber keine Chance. Okay. Packen wir es da hin. So, das Essen sollte auf jeden Fall ausreichen. Gucken wir mal, ob das klippt. Ja gut, das machen wir alles schon noch schön. Okay. Keine Sorge, wird alles noch schön gemacht. Nur ich will jetzt gerade am Anfang mich noch nicht so viel damit aufhalten. Such dir einfach eine gute Stelle und pflanze, was auch immer du hast. Frische Nahrung wäre echt eine schöne Abwechslung für uns. Habe ich schon. Lass uns ein paar Sachen tauschen. Habe ich doch, der... Wir müssen noch jemanden zuweisen. Jetzt ist die Frage, wo ist der eine, der die ganze Zeit am Rumjammern war? Der hockt wahrscheinlich schon wieder irgendwo rum. Da ist er. Was machst du in meinem Haus? Habe ich dich eingeladen? Was ist los mit dir? Komm mit. Oh, unserem Wauzi geht es hier gut. So, du kommst mal mit. Du gehst jetzt mal was arbeiten hier. Komm, wir sind doch mindestens... Wieso haben wir da... Wir müssten doch Mutterbären haben. Die haben wir doch hinten eingesteckt, oder nicht? Okay, frag mal, ob du bist jetzt damit zufrieden? Was ist los? Ich möchte ein paar Sachen tauschen. Nee, er ist immer noch nicht zufrieden. Hey. Okay, dann gehen wir halt noch mal auf die Suche. Mei, oh, mei, oh, mei. Schön. Kotzbörse, ich habe jetzt kurz Zeit. Ich muss hier was zu futtern finden. Ey, da ist eine Hundehütte. Wo ist denn Mais? Da war doch immer so... Außenrum war doch dieser Mais. Ah, ich glaube, der war da vorne. Ja, also Platz haben wir hier auf jeden Fall genug. Das will ich sehen. Wenn dieses Ding gute 200 Jahre da draußen liegt, dass das danach noch so ausschaut. Äh, nein. Und normal, wenn ich mich nicht täusche, war hier immer irgendwo dann Mais. Das kann doch jetzt nicht so schwer sein, Mais zu finden. Okay, wir haben da hinten mehrere Fässer mit Atommüll, damit wir uns jetzt hier nicht zu sehr verseuchen. Und trotzdem mal hier reingucken können, was wir hier alles haben. Oh, Armeehelm. Oh, leuchtender Pilz. Nehmen wir mit. Ähm, da liegt er. So, haben wir dich auch. Was haben wir hier? Also ich dachte, dass wir hier in der näheren Umgebung immer ein paar Maispflanzen hatten. Aber irgendwie ja nicht. Wollte gerade sagen, nicht so rumhampeln hier, Kleiner. Äh, so. Ne, aber hier ist partout gar nichts. Hm. Dann schauen wir mal hier rüber. Gut, da vorne gäbe es dann eine... Äh, eine Siedlung, die eigentlich fast eine komplette Farm ist. Aber irgendwo gab es da was. Ich bin mir so unglaublich sicher. Oh, wir können aber auf jeden Fall schon mal einiges an Distel mitnehmen. Gut, vielleicht finden wir auch irgendwas anderes. Da wären wieder Mutterbeeren. Warum auch immer wir die nicht anpflanzen können. Hast du schon wieder was gefunden? Äh, Wauzi. So, erledigt. Ja, da ist nochmal einer. Ne. Das ist ein Rathirsch. Nein, dir tun wir nichts. Okay. Aber echt. Ohne Witz, da ist nichts an wildem Mais oder sonst irgendwas. Warum können wir keine wilden Mutterbeeren anpflanzen? Was macht ihr denn da? Sag einmal. Komm her. So. Erwischt. Mein Wauzi geht's gut. Auch wenn ich mir sicher bin, dass ich ihn gerade in diesem Getümmel vielleicht eventuell ich weiß ja nicht vielleicht sogar der Wisch-Top. So, wir gehen jetzt einmal noch hier runter gucken und ansonsten ja müssen sie bis zur nächsten Folge warten. Ja gut, da vorne die das Pflänzchen hier nehmen wir schon noch mit. Was ist das? Das gucken wir uns jetzt noch an. Wenn wir schon mal da sind. So, was haben wir hier? Oh, der hat eine gute Waffe. Okay. Und das war's. Okay. Gut. Gut. Die nehmen wir jetzt noch mit und machen uns wieder zurück. Weil irgendwie haben wir kein Mais hier. also ich dachte hier in der Kante gibt's wilden Mais. Aber habe ich mich wohl getäuscht. So, einmal auf kürzesten Weg hier durch. Sonst werden wir leicht verstrahlt und können dann zukünftig unsere Comics ohne irgendeine Beleuchtung nachts im Bett lesen, weil wir von alleine strahlen und leuchten. Hoffen wir mal, dass das jetzt hinhaut. Jetzt bin ich gespannt. Können wir immer noch keine Mootabwehren herstellen. Nee, partout nicht. Aber es sind alle grün, oder? Weil sonst müssten wir einfach nur noch mal zusätzlich jemanden zuweisen. Nee, ist eigentlich ausreichend. Okay. Gut, dann müssen sie halt schlicht und ergreifend bis zur nächsten Folge warten. Denn wir machen jetzt hier einmal einen Cut. Ich hoffe, auch wenn das jetzt hier nur so ein sinnloses Umhergestreife war, dass es trotzdem soweit interessant war. Wir sehen uns dann zur nächsten Folge oder bei einer anderen Folge bei mir auf dem Kanal. Ich versuche mich nützlich zu machen. Niemand will einen erwachsenen Mann im Selbstmitleid da trinken sehen. Nicht unbedingt. Vor allem nicht, wenn er mich bei der Abmoderation da stört. Mensch, Bub. So, wo waren wir? Ach ja, genau. Und wenn noch nicht passiert, gerne ein Abo. Und wenn es euch gefallen hat, natürlich dürft ihr auch gerne ein Like da lassen. Wir sehen uns. Ich wünsche euch was. Servus. Servus.